Meine Freundin und ich waren auf einer Pyjama-Party und wir haben eine magische Kostüm-Truhe gefunden. Und was tut sie? Sie lässt unsere verrücktesten Kostüm-Träume wahr werden. Honey wollte schon immer eine Surferin sein. Und Cherry Jam wollte schon immer ein Popstar sein. Genau genommen können alle meine Freundinnen ihrer Leidenschaft nachgehen und fantastische Outfits tragen. Wir möchten, dass du dich uns in unserem Bären-Häppchen-Abenteuer anschließt. Los geht's! Hallo! Willkommen zu meiner Pyjama-Party. Und sieh nur, wir haben beim Erkunden eine magische Truhe gefunden. Schau, was sie kann! Emily Erdbeer Wow! Tippe auf ein Thebe und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest. Ich hoffe, du hast keine Angst im Dunkeln. Die Zeit für eine sehr gruselige Suche ist gekommen. Wow! Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst. Wow! Haare, wir kommen! Gefällt mir! Du bist eine Meisterin der Bären-Suche! Rücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Toll gemacht! Ich bin begeistert! Meine Kostümträume werden wahr! Gefällt mir! Gefällt mir! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Diese magische Truhe ist der Hammer! Brücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Toll gemacht! Dein Gefühl für Stil ist wirklich bärig! Ach du meine Bären! Sieh dir die an! Gefällt mir! Ja, tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Du bist die Königin der gruseligen Suche! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Oh, krass dich! Zieh an dem Seil, um zu sehen, was passiert. Ich weiß nicht, was magischer ist. Dieses Gruselhaus oder deine köstlichen Kostüme. Wähle jetzt eine Pose und mach ein Foto. Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst. Hier drinnen ist es dunkel und sehr gruselig. Tippe die Taschenlampe an und ziehe sie, um einen anderen Bereich zu erreichen. Fantastisch! Dieses Spiel ist das beste Spiel aller Zeiten. Großartig! Was für ein aufregendes Abenteuer! Fantastisch! Dieses Spiel ist das beste Spiel aller Zeiten. Wir haben ein Geschenk erhalten. Ich frage mich, was drin ist. Etwas Neues zum Anziehen! Oh la la! Es ist bärenschick und es passt wie angegossen! Ah! Wenn das mal keinen Stil hat! Orangela-Obstblüte! Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest. Oh! Die Schatzjägerin! Halte nach Schlangen aus, schau! Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst. Wow! Herr, wir kommen! Perfekt! Lass uns nach Schätzen suchen gehen! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Super! Ich bin begeistert! Ich bin begeistert! Ene, mene, miste! Gefällt mir! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen! beeindruckend, du bist die geborene Schatzjägerin! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Dein Gefühl für Stil ist wirklich bärig! Ach du meine Beeren! Sieh dir die an! Gefällt mir! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen! drücke auf die Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen! Oh, funkelnd! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Oh, fantastisch! Zieh an dem Seil, um zu sehen, was passiert! Meine Beeren! Mach ein Foto, um diesen magischen Moment festzuhalten! Okay! Tippe jetzt auf eine Pose, damit du ein Foto machen kannst! Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst! Lass uns nach Schätzen suchen gehen! Tippe die Lupe an und ziehe sie, um versteckte Gegenstände zu finden! Fantastisch! Dieses Spiel ist das beste Spiel aller Zeiten! Sieh nur, was du gefunden hast! Sieh nur, was du gefunden hast! Wir haben ein Geschenk erhalten! Ich frage mich, was drin ist! Etwas Neues zum Anziehen! Oh la la! Es ist bärenschick und es passt wie angegossen! Sie sieht so wunderschön aus! Honey Himbeer! Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest! Okay! Wir sollten uns passend für den Strand anziehen, um in einem Surf-Abenteuer auf den Wellen zu reiten! Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst! Hast du eine Frisur gesehen, die dir gefällt? Bären süß! Ich bin sprachlos! Ich kann nicht fassen, dass du wirklich auf den Wellen reiten wirst! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Super! Dein Gefühl für Stil ist wirklich bärig! Meine Kostüm-Träume werden wahr! Bären süß! Bären süß! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen! Ich bin sprachlos! Ich kann nicht fassen, dass du wirklich auf den Wellen reiten wirst! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Du bist ein Naturtalent! Ist heute mein Geburtstag! Bären süß! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen! Ich liebe sie einfach! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Super! Hinter diesem Seil erwartet dich ein Abenteuer! Starke Stachelbären! Ein so unglaublicher Stil ist mir noch nie untergekommen! Schnell! Mach ein Foto! Wähle jetzt eine Pose und mach ein Foto! Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst! Ich bin sprachlos! Ich kann nicht fassen, dass du wirklich auf den Wellen reiten wirst! Die Welle ist perfekt! Du zeigst, was in dir steckt! Wir haben ein Geschenk erhalten! Ich frage mich, was drin ist! Etwas Neues zum Anziehen! Oh la la! Es ist bärenschick! Und es passt wie angegossen! Wunderbar! Tippe eine meiner Freundinnen an, um auch sie auf ein magisches Abenteuer zu schicken! Bonnie Blaubeer Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest! Toll! Es ist an der Zeit, Verbrecher zu jagen und die Lage zu retten! Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst! Tippe einfach Kopf, Kopf! Hast du eine Frisur gesehen, die dir gefällt? Gefolgt mir! Wow! Du eilst zur Hilfe! Brücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Toll gemacht! Dein Gefühl für Stil ist wirklich bärig. Meine Kostümträume werden wahr. Perfekt. Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Sie sind alle schön. Du kannst dich gar nicht irren. Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Dein Gefühl für Stil ist wirklich bärig. Ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, mir Schuhe anzusehen. Bären süß. Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Das ist bären cool. Rette die Lage, Superheldin. Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Hinter diesem Seil erwartet dich ein Abenteuer. Fruchtastisch! Das ist das beste Held in dem Kostüm, das ich je gesehen habe. Wenn du bereit bist, tippe auf die Pose, die du für das Fotoshooting einnehmen willst. Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst. Das ist bären cool. Rette die Lage, Superheldin. Du bist ein Naturtalent. Ist das nicht das Bärigste? Du bist eine geborene Superheldin. Bruchtastisch! Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Wir haben ein Geschenk erhalten. Ich frage mich, was drin ist. Etwas Neues zum Anziehen. Oh la la. Es ist bärenschick. Und es passt wie angegossen. Oh, wenn das mal keinen Stil hat. Cherry Jam. Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest. Tanz auf den Gehrenball für Prinzessinnen durch die Nacht. Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst. Hast du eine Frisur gesehen, die dir gefällt? Perfekt! Beeindruckend! Lässt du dich nicht liebend gerne von der Musik mitreißen? Brücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Toll! Du bist ein Naturtalent! Meine Kostümträume werden wahr. Pären süß! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Ist das ein Bären-Traum? Das ist märchenhaft. Brücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Toll gemacht! Pären süß! Sein Gefühl für Stil ist wirklich bärig. Ach du meine Bären! Sieh dir die an! Perfekt! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Ich liebe sie einfach! Brücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Toll gemacht! Hinter diesem Seil erwartet dich ein Abenteuer. Du siehst wie eine Ballkönigin aus. Okay! Tippe jetzt auf eine Pose, damit du ein Foto machen kannst. Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst. Beeindruckend! Lass du dich nicht liebend gerne von der Musik mitreißen? Tippe die Noten an und gewinne einen Preis. Tippe den Stern an und führe einen besonderen Move aus. Fantastisch! Dieses Spiel ist das beste Spiel aller Zeiten. Wir haben ein Geschenk erhalten. Ich frage mich, was drin ist. etwas Neues zum Anziehen. Oh la la! Es ist bärenschick und es passt wie angegossen. Sie sieht so wunderschön aus! Silly-Zitronen! Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest. Werde ein Popstar und rocke mit ein paar Bären-Beats ab. Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst. Hast du eine Frisur gesehen, die dir gefällt? Perfekt! Limettenspaß! Jetzt kommen die Accessoires! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Toll gemacht! Ich bin begeistert! Ene Mähne Miste! Kehren süß! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Bei den kollidierenden Kiwis! Du bist ein berühmter Popstar! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Ich bin begeistert! Meine Kostümträume werden wahr! Drücke auf, du bist mit unglaublichem Talent zur Welt gekommen! Dein Gefühl für Stil ist wirklich bärig! Ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, mir Schuhe anzusehen. Beeren süß! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Hast du schon einmal vor Leuten gespielt? Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Toll! Wunderschön! Zieh am Seil und es gibt eine große Überraschung! Bei den magischen Bären! Ich habe noch nie einen Popstar gesehen, der so gut aussieht wie du! Wähle jetzt eine Pose und mach ein Foto! Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst. Hast du schon einmal vor Leuten gespielt? Ticke auf die farbigen Noten, um die Melodie zu spielen. Erwische sie alle, bevor die Farbe verblasst. Deine Fans lieben dich! Du bist ein Naturtalent! Ist das nicht das Fähreste? Was für ein tolles Lied! Deine Fans lieben dich! Du bist ein Naturtalent! Ist das nicht das Fähreste? Wir haben ein Geschenk erhalten! Ich frage mich, was drin ist! Etwas Neues zum Anziehen! Ohlala! Es ist Bärenschick und es passt wie angegossen! Fruchtastisch! Du bist so fantasievoll! Warum lädst du nicht noch eine allerbärigste Freundin auf ein Kostümabenteuer ein? Orangela-Obstblüte! Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest! Ich hoffe, du hast keine Angst im Dunkeln! Die Zeit für eine sehr gruselige Suche ist gekommen! Wow! Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst! Hast du eine Frisur gesehen, die dir gefällt? Toll! Du bist eine Meiserin der Bären-Suche! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Super! Ich bin begeistert! Eine Mähne-Miste! Perfekt! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen! Du bist die Königin der gruseligen Suche! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Sein Gefühl für Stil ist wirklich bärig! Ach du meine Bären! Sieh dir die an! Perfekt! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen! Tippe auf die Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Zwei! Wunderschön! Zieh am Seil und es gibt eine große Überraschung! Ich weiß nicht, was magischer ist! Dieses Gruselhaus oder deine köstlichen Kostüme! Wenn du bereit bist, tippe auf die Pose, die du für das Fotoshooting einnehmen willst! Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst! Hier drinnen ist es dunkel und sehr gruselig! Du bist die Königin der gruseligen Suche! Du bist ein Naturtalent! Ist das nicht das Bärigste? Du bist die Königin der gruseligen Suche! Wir haben ein Geschenk erhalten! Ich frage mich, was drin ist! Eine neue Frisur! Die Bären wunderbar, sie aussieht! Oh, wenn das mal keinen Stil hat! Honey Himbeer Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest! Oh, die Schatzjägerin! Halte nach Schlangen aus, schau! Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst! Sieh dir diese zauberhaften Haarschnitte an! Das gefällt mir! Bären Stil vom Feinsten! Drücke auf das Jägchen, wenn du fertig bist! Sein Gefühl für Stil ist wirklich bärig! Ine, mene, miste! Bären süß! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen! Eines dieser Accessoires wird das Outfit versüßen! Drücke auf das Jägchen, wenn du fertig bist! Super! Dein Gefühl für Stil ist wirklich bärig! Ist heute mein Geburtstag? Bären süß! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen! Uh, sehr bärig! Drücke auf das Jägchen, wenn du fertig bist! Toll! Oh, krass dich! Zieh an dem Seil, um zu sehen, was passiert! Meine Bären! Mach ein Foto, um diesen magischen Moment festzuhalten! Wähle jetzt eine Pose und mach ein Foto! Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst! Tippe auf die Schaltfläche, um ein Foto zu machen! Oh, bei den Bären! Wir suchen im Dschungel nach Schätzen! Einfach die Lupe antippen und ziehen, um versteckte Gegenstände zu finden! Du bist ein Naturtalent! Ist das nicht das bärigste? Fantastisch! Dieses Spiel ist das beste Spiel aller Zeiten! Wir haben ein Geschenk erhalten! Ich frage mich, was drin ist! Eine neue Frisur, wie Bären wunderbar sie aussieht! Sie sieht so wunderschön aus! Bonny-Blaubeer! Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest! Okay! Wir sollten uns passend für den Strand anziehen, um in einem Soap-Abenteuer auf den Wellen zu reiten! Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegner! Du hast den Gegenstand aus, den du haben willst! Hast du eine Frisur gesehen, die dir gefällt? Bären süß! Magisches Serken! Reite auf diesen unglaublichen Wellen! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Gefällt mir! Du bist ein Naturtalent! Es ist zu gut, um wahr zu sein! Es gefällt mir! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen! Diese magische Truhe ist der Hammer! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Dein Gefühl für Stil ist wirklich bärig! Ist heute mein Geburtstag? Bären süß! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen! Magisches Serken! Reite auf diesen unglaublichen Wellen! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Oh, krass dich! Zieh an dem Seil, um zu sehen, was passiert! Du siehst fruchtastisch aus! Wir sollten ein Foto machen, um diesen bärigen Augenblick festzuhalten! Wähle jetzt eine Pose und mach ein Foto! Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst! Oh, meine Sterne! Das ist großartig! Fantastisch! Dieses Spiel ist das beste Spiel aller Zeiten! Du bist ein Naturtalent! Ist das nicht das fähigste? Wir haben ein Geschenk erhalten! Ich frage mich, was drin ist! Eine neue Frisur! Sie wären wunderbar, sie aussieht! Sie sieht so wunderschön aus! Cherry Jab! Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest! Toll! Es ist an der Zeit, Verbrecher zu jagen und die Lage zu retten! Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst! Hast du eine Frisur gesehen, die dir gefällt? Gefällt mir! Fruchtastisch! Fruchtastisch! Accessoires für die Haare! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Du bist ein Naturtalent! Es ist zu gut, um wahr zu sein! Perfekt! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen! Das ist bärenkul! Rette die Lage, Superheldin! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Super! Dein Gefühl für Stil ist wirklich bärig! Ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, mir Schuhe anzusehen! Gefällt mir! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen! Du bist eine geborene Superheldin! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Wunderschön! Zieh am Seil und es gibt eine große Überraschung! Du bist die einzig wahre Kostümheldin! Unsere Freundinnen werden es nicht glauben! Wähle jetzt eine Pose und mach ein Foto! Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst! Das ist bärenkul! Rette die Lage, Superheldin! 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 Ich wusste, dass wir auf dich zählen können! Großartig! Was für ein aufregendes Abenteuer! Du bist eine geborene Superheldin! Du bist ein Naturtalent. Ist das nicht das Fähreste? Wir haben ein Geschenk erhalten. Ich frage mich, was drin ist. Eine neue Frisur. Sie wären wunderbar, sie aussieht. Wunderbar! Tippe eine meiner Freundinnen an, um auch sie auf ein magisches Abenteuer zu schicken. Silly Zitron. Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest. Tanz auf den Bierenball von Prinzessinnen durch die Nacht. Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst. Hast du eine Frisur gesehen, die dir gefällt? Perfekt! Ist das ein Bären-Traum? Das ist märchenhaft! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Toll! Ich bin begeistert! Es ist zu gut, um wahr zu sein. Gefällt mir! Gefällt mir! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Sie sind alle schön. Du kannst dich gar nicht irren. Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Dein Gefühl für Stil ist wirklich bärig. Ist heute mein Geburtstag? Gefällt mir! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Ist das ein Bären-Traum? Das ist märchenhaft! Rücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Pären süß! Fantastisch! Zieh an dem Seil, um zu sehen, was passiert. Du siehst wie eine Ballkönigin aus. Wähle jetzt eine Pose und mach ein Foto. Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst. Beeindruckend! Lässt du dich nicht liebend gerne von der Musik mitreißen? Das sind richtig tolle Tanzbewegungen. Fantastisch! Dieses Spiel ist das beste Spiel aller Zeiten. Du bist ein Naturtalent. Ist das nicht das färischste? Großartig! Was für ein aufregendes Abenteuer! Wir haben ein Geschenk erhalten. Ich frage mich, was drin ist. Eine neue Frisur! Sie bären wunderbar, sie aussieht. Sie sieht so wunderschön aus! Emily Erdbeer! Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest. Werde ein Popstar und rocke mit ein paar Bärenbeats ab. Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst. Hast du eine Frisur gesehen, die dir gefällt? Perfekt! Limettenspaß! Jetzt kommen die Accessoires! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Toll gemacht! Ich bin begeistert! Ine Mene Meste! Pären Süß! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Hast du schon einmal von Leuten gespielt? Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Super! Super! Ich bin begeistert. Ach du meine Bären. Sieh dir die an. Gefällt mir. Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Deine Fans lieben dich. Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Toll gemacht. Wunderschön. Zieh am Seil und es gibt eine große Überraschung. Wie wunderbar. Du hast den perfekten Popstar-Look gewählt. Nimm eine Pose für die Kamera ein. Wähle jetzt eine Pose und mach ein Foto. Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst. Bei den kollidierenden Kiwis. Du bist ein berühmter Popstar. Fantastisch. Dieses Spiel ist das beste Spiel aller Zeiten. Was für ein tolles Lied. Deine Fans lieben dich. Deine Fans lieben dich. Du bist einer Totmalen. Ist das nicht das Fähreste? Wir haben ein Geschenk erhalten. Ich frage mich, was drin ist. Eine neue Frisur. Sie sieht sehr wunderbar, wie sie aussieht. Sie sieht so wunderschön aus. Honey Himbeer Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest. Ich hoffe, du hast keine Angst im Dunkeln. Die Zeit für eine sehr gruselige Suche ist gekommen. Wow! Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst. Wow! Haare! Wir kommen! Gefällt mir! Schweren Stil vom Feinsten. Drücke auf das Jägchen, wenn du fertig bist. Puh! Ich bin begeistert! Es ist so gut, um wahr zu sein. Während süß, tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Eines dieser Accessoires wird das Outfit versüßen. Drücke auf das Jägchen, wenn du fertig bist. Ich bin begeistert! Ja! Toll! Uh, sehr bärig. Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Wunderschön. Zieh am Seil und es gibt eine große Überraschung. Ich weiß nicht, was magischer ist. Dieses Gruselhaus oder deine köstlichen Kostüme. Okay, tippe jetzt auf eine Pose, damit du ein Foto machen kannst. Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst. Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst. Hier drinnen ist es dunkel und sehr gruselig. Du bist die Königin der gruseligen Suche. Großartig. Was für ein aufregendes Abenteuer. Du hast bärenschärfe Augen. Wir haben ein Geschenk erhalten. Ich frage mich, was drin ist. Schuhe. Und genau mein Stil. Sie sind fruchtastisch. Sie sieht so wunderschön aus. Bonnie Blaubeer. Wow. Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest. Oh, die Schutzjägerin. Halte nach Schlangenausschau. Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst. Sieh dir diese zauberhaften Haarschnitte an. Bären süß. Bären Stil vom Feinsten. Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Toll. Ich bin begeistert. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Perfekt. Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Sie sind alle schön. Du kannst dich gar nicht irren. Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Super. Du bist ein Naturtalent. Ach, du meine Bären. Sieh dir die an. Bären süß. Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Sieh nur, was du gefunden hast. Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Wunderschön. Zieh am Seil und es gibt eine große Überraschung. Du weißt wirklich, was du tust, oder? Lächle jetzt bitte in die Kamera, Schatzjägerin. Okay, tippe jetzt auf eine Pose, damit du ein Foto machen kannst. Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst. Tippe auf die Schaltfläche, um ein Foto zu machen. Lass uns nach Schätzen suchen gehen. Einfach die Lupe antippen und ziehen, um versteckte Gegenstände zu finden. Fantastisch! Dieses Spiel ist das beste Spiel aller Zeiten. Du bist ein Naturtalent. Ist das nicht das Wierigste? Wir haben ein Geschenk erhalten. Ich frage mich, was drin ist. Schuhe! Und genau mein Stil. Sie sind fantastisch. Sie sieht so wunderschön aus. Cherry Jam! Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest. Okay! Wir sollten uns passend für den Strand anziehen, um in einem Surf-Abenteuer auf den Wellen zu reiten. Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du hast. Es ist so gut, um wahr zu sein. Kären süß! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Die Welle ist perfekt. Du zeigst, was in dir steckt. Drücke auf das Jägchen, wenn du fertig bist. Du bist ein Natur-Talent! Ist heute mein Geburtstag? Gefällt mir! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Oh, funkelt! Tippe auf das Jägchen, wenn du fertig bist. Du bist ein Natur-Talent! Wow! Haare, wir kommen! Fähren süß! Fruchtastisch! Accessoires für die Haare! Drücke auf das Jägchen, wenn du fertig bist. Unter diesem Seil erwartet dich ein Abenteuer. Starke Stachelbären! Ein so unglaublicher Stil ist mir noch nie untergekommen. Schnell! Mach ein Foto! Wähle jetzt eine Pose und mach ein Foto. Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst. Tippe auf die Schaltfläche, um ein Foto zu machen. Magisches Surfen! Breite auf diesen unglaublichen Wellen! Großartig! Was für ein aufregendes Abenteuer! Wow! Du surfst wirklich wie ein Profi! Wir haben ein Geschenk erhalten. Ich frage mich, was drin ist. Schuhe! Und genau mein Stil! Sie sind fantastisch! Ah! Wenn das mal keinen Stil hat! Zilli Zitronen! Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest. Toll! Es ist an der Zeit, Verbrecher zu jagen und die Lerge zu retten. Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst. Wow! Wow! Haare! Wir kommen! Perfekt! Du bist eine geborene Superheldin! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Sein Gefühl für Stil ist wirklich bärig! Ene Mäne Miste! Gefällt mir! Gefällt mir! Klicke auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Diese magische Truhe ist der Hammer! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Dein Gefühl für Stil ist wirklich bärig! Ach du meine Bären! Sieh dir die an! Perfekt! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Du bist eine geborene Superheldin! Klicke auf das Häkchen, wenn du fertig bist! Toll gemacht! Wunderschön! Zieh am Seil und es gibt eine große Überraschung! Du bist die einzig wahre Kostümheldin! Unsere Freundinnen werden es nicht glauben. Wähle jetzt eine Pose und mach ein Foto. Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst. Das ist bärencool. Rette die Lage, Superheldin. Du bist eine geborene Superheldin. Gut gemacht. Du hast die Lage gerettet und dem Bösewicht eine Lektion erteilt. Wir haben ein Geschenk erhalten. Ich frage mich, was drin ist. Schuhe! Und genau mein Stil. Sie sind fruchtastisch. Wow! Sieh dir nur dieses Outfit an! Emily Erdbeer Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest. Kanz auf den Bärenball von Prinzessinnen durch die Nacht. Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst. Hast du eine Frisur gesehen, die dir gefällt? Gefällt mir! Bärenstil vom Feinsten. Brücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Toll gemacht! Gefällt mir! Du bist ein Naturtalent! Meine Kostümträume werden wahr! Bärensüß! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Beeindruckend! Lässt du dich nicht bliebend gerne von der Musik mitreißen? Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Ich bin begeistert! Ist heute mein Geburtstag? Gefällt mir! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Oh, funkelt! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Oh, wunderschön! Zieh am Seil und es gibt eine große Überraschung. Du bist umwerfend! Du hast das prächtigste Prinzessinnenensemble aller Zeiten zusammengestellt. Wenn du bereit bist, tippe auf die Pose, die du für das Fotoshooting einnehmen willst. Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst. Beeindruckend! Lässt du dich nicht bliebend gerne von der Musik mitreißen? Das sind richtig tolle Tanzbewegungen! Das sind richtig tolle Tanzbewegungen! Großartig! Was für ein aufregendes Abenteuer! Du bist ein Naturtalent! Ist das nicht das Fährigste? Wir haben ein Geschenk erhalten! Ich frage mich, was drin ist! Und genau mein Stil! Sie sind fantastisch! Wow! Sieh dir nur dieses Outfit an! Orangela-Obstblüte! Wow! Tippe auf ein Thema und wähle so das Abenteuer aus, das du erleben möchtest. Werde ein Popstar und rocke mit ein paar Bärenbeats ab. Tippe einfach Kopf, Körper oder Füße an und wähle den Gegenstand aus, den du haben willst. Wow! Haare! Wir kommen! Perfekt! Bei den kollidierenden Kiwis! Du bist ein berühmter Popstar! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Du bist ein Naturtalent! Meine Kostümträume werden wahr! Sehr süß! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Hast du schon einmal vor Leuten gespielt? Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Ich bin begeistert! Ist heute mein Geburtstag? Wäre süß! Tippe auf diese Schaltfläche, um das Gewebe auszusuchen. Ich liebe sie einfach! Drücke auf das Häkchen, wenn du fertig bist. Wunderschön! Zieh am Seil und es gibt eine große Überraschung! Wie wunderbar! Du hast den perfekten Popstar-Look gewählt! Nimm eine Pose für die Kamera ein. Wähle jetzt eine Pose und mach ein Foto. Zieh den Rahmen, um das Foto zu machen, das du haben willst. Du bist ein Popstar! Die Zuschauer lieben dich! Großartig! Was für ein aufregendes Abenteuer! Du bist mit unglaublichem Talent zur Welt gekommen! Was für ein tolles Lied! Großartig! Was für ein aufregendes Abenteuer! Fantastisch! Dieses Spiel ist das beste Spiel aller Zeiten! Wir haben ein Geschenk erhalten! Ich frage mich, was drin ist. Und genau mein Stil! Sie sind fantastisch! Ah! Wenn das mal keinen Stil hat! Ich frage mich! Nicht zu ihm, was du dich so einfach! Untertitelung des ZDF, 2020